So, wie haben wir jetzt als nächstes? Na klar, du bist? Stefan Budritski vom Arbeitskreis Grundeinkommen Göttingen. Ich appelliere an unsere Bundesverfassungsrichter, auf eine nächste Gelegenheit, das bedingungslose Grundeinkommen als neues Grundrecht abzuleiten. Vielen Dank. Ah ja, das war's schon, ein großes Staple als nächstes am Gericht. Mein Name ist Karin Schäfer. Ich komme aus Oberhausen hier angereist und das schon zum zweiten Mal. Die erste Demo-Freiheit statt Amt habe ich schon mit Begeisterung mitgemacht und jetzt bin ich wieder hierher gekommen, um für ein bedingungsloses Grundeinkommen zu kämpfen. Ich habe früher immer gedacht, Politik, da kann ich nichts dran ändern. Die machen man so bald. Aber, dann habe ich erkannt, wenn ich etwas verändern möchte, dann muss ich auch aktiv werden und nicht ohnmächtig zuschauen. Deshalb bin ich hingegangen und habe mir die Programme der Parteien angeschaut. Und dann habe ich die Wirsten entdeckt. Die haben schon seit 2008 das bedingungslose Grundeinkommen fest in ihrem Programm. Außerdem Volksentscheide und Basisdemokratie. Und dafür stehe ich ein. Und wir haben die Chance, wenn auch nur mit der Erststimme im Wahlkreis 83, 4. Berlin, Jutta zählt jetzt, ihre Stimme zu geben, damit sie für unser aller Anliegen in den Bundestag einziehen kann. Danke. Danke.